Smarana hat ein ganz tolles Geschenk für euch und zwar geht es um die neuen Berufe. Wir schenken unseren Kanalmitgliedern eine Ausbildung, ein Webinar zum Portaltag Energie Heiler. Das ist eine Durchsage von der geistigen Welt, denn in der jetzigen Zeit entstehen neue Berufe und diese Ausbildung, dieses Webinar zum Portaltag Heiler ist genau ein Beruf der neuen Zeit und das schenken wir euch. Es ist für Kanalmitglieder kostenlos. Wenn du dabei sein möchtest, dann kannst du dich einfach als Kanalmitglied anmelden. Die Mitgliedschaft kostet 4,99 Euro. Du kannst jetzt sagen, okay, ich bleibe für den Moment von dem Webinar dabei, dann melde ich mich wieder ab. Das könntest du auch tun. Oder du sagst, oh, ich bleibe dabei, denn wir werden weitere Ausbildungen anbieten. Wir werden also in unserem Kanal von Smarana euch immer wieder neue Webinare, neue Ausbildungen, gerade in der Ausrichtung der neuen Zeit anbieten, weil das so wichtig ist. Wir sind dabei, die neue Erde zu kreieren. Dazu braucht es neue Wege, neue Berufe, neue Arten des Zusammenlebens. Und wir gehen jetzt gerade mit euch einen ganz neuen Weg. Wir gehen den Weg für einen neuen Beruf, den wir euch einfach schenken möchten. Ich freue mich sehr darauf und es kann losgehen.